Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Yo, ich bin hier mit einem Bill. Yo, 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 yo. Ich... Es ist voll ungewohnt, noch wieder Mac zu spielen. Aber ich muss sagen, ich hab's vermisst. Ja, ich auch. Ich spiel nämlich auch Mac. Hihihi. Oh, wir haben Ruin. So ne Miste. Wieso rede ich eigentlich momentan immer so komisch? Ich weiß auch nicht. Oh. Der Bill rennt weg. Hat der irgendwas gesehen? Oh ja, da kommen wir entgegen. Okay. Ja, solange ich hier nicht von irgendwem gestalkt werde oder so, ist alles okay. Ja. Der ist nämlich so geguckt. Achso. Ist das Michael? Ist das echt Michael? Ja. Oh, wie geil. Hallo. Oh, shit. Oh, hi. Ähm. Ich würde mal weggehen. Der kommt nämlich. Ja, ich geb mein Bestes. Wohl ne, der kommt glaub ich nicht. Ne? Oder er ist so geschickt im Stocken, dass ich es echt überhaupt nicht mitvorkomme. Kann natürlich gut sein. Oh, da ist er. Oh, da ist er. Oh, da ist er. Oh, da ist er. Oh, er folgt jetzt so. Ja, toll. Ich dachte bei dir, wer ist sicher und kaum. Kommt euch an. Ist ja hinter uns. Oh nein. Und ich bin gefährdet. Oh nein. Oh nein. Es tut mir so leid. Oh, da ist er. Oh, das lachen auch neu. Ich merke, wie sehr es dir leid tut. Ach so, ich fühl mich grad so schön sicher hier an meinem Generatorchen. Okay, warte, der Herzschlag wird stärker. Ich fühl mich da nicht mehr sicher. Verloren. Oh, tja. Karma. Ich bin, ich bin, ich bin eins mit dem Baum. Ich bin eins mit dem Baum. Oh Gott. Oh nein. Ich bin eins mit dem Baum. Ich bin eins mit dem Baum. Ich bin eins mit dem Baum. Scheiße. Hm, warst du doch nicht der einzige Baum. Ah, das hab ich wohl doch vertan. Mach diesen Generator weiter, er ist doch schon so schön weit. Und herausfinden, herausfinden. Auf geht, mach den Generator nicht weiter, ich häng nämlich direkt hier. Oh. So ein Mist. Ja Mist, haben wir auch diese Map gelegt, wo er auch so wunderbar stalken kann eigentlich, oder? Ja. Ah, ich find's doch cool, Michael und seine Map, ich find das passt. Ja, stimmt schon. Also übrigens noch kommt keiner zu mir, ihr seid alle da hinten irgendwo am rumdaddeln. So. Irgendeiner läuft da einfach so rum? Bist du das? Ähm, hockt die jetzt gerade? Äh, ja, also jetzt geht's ihm hocken grad weiter. Ja, jetzt läuft sie wieder. Ja, ja, lass mal. Lass mich. Wie suchst du in einer großen Runde zu dir zu kommen und nebenbei Ruin zu finden? Ja, ich glaub so eine riesigen Runde musst du eigentlich auch nicht drehen. Ah, wie du möchtest. Lass dir Zeit, lass dir Zeit. Es ist alt. Ähm. Ja, kannst du noch ein bisschen abhängen, noch ein bisschen chillen. Ja, ja. Du fühlst dich mal so nutzlos in dieser Zeit, wo man am Generator hängt. Wo man am Haken. Stopp, er kommt, er kommt, Vorsicht, er kommt! Er geht wieder, er geht wieder, er geht wieder, er geht wieder. Ich will ja vom Struggle noch holen. Ja, okay, ich muss mit... Oh, okay, zu spät. Nein! Danke. Ich hau ab. Ich hab, wir schaffen das. Soll ich dich heilen? Gleich. Hier, bitte. Süß. Oh, da hinten ist ja ein Endnis, ja. Oh, er stalkt grad irgendjemand in so'n Scheiß. Und wir können wieder zum Generator gehen. Ja. So. Oh, ich liebe, wir schaffen das. Oh ja, na, ist echt wunderbar. Auch übrigens, Oliver, dein Perk-Build würden wir auch nochmal spielen auf jeden Fall. Beim letzten Mal konnten wir es ja nicht so ganz ausreizen. Nur wir hatten, wir hatten irgendwie beide gerade Lust ein bisschen Mech zu spielen. Das ist merkwürdig, dass wir beide Lust darauf hatten, sie zu spielen. Ja. Ich hau so richtig. Was warst du da? Oh, zu verkacken. Dann eben wieder Kniebeugen. Die Kniebeugen? Oh je. Oh oh. Die ineffektiven Kniebeugen, aber egal. Ja. Komm, ich ziehe jetzt voll durch. Okay, komm. Ich glaub, das ist auf lange Sicht doch schnell, oder? Ähm. Nein. Oh, ich kann das überhaupt nicht. Komm, wir machen jetzt wieder hier. Gen-Hopping. Gen-Hopping. Ich will diesen Generator jetzt fertig kriegen. Das ist immer so witzig, wenn er nebenbei immer so in die Richtung kommt. Oh Gott. Ich glaub, er kommt, oder? Egal, jetzt sind wir noch durch. Oh. Ja, er ist irgendwie auch schon frei. Soll ich jetzt eh erstmal nicht hin. Vor allem, wir rennen beide voll in die Richtung. Während du das auch so sagst. Ach, geh du mal hin. Ich such mal Generator. Joa, ich geb mein bestes. Ich meine, ich bin tot, wenn ich nochmal häng, ne? Deswegen bin ich vorsichtig. Oh. Aber egal, noch hat er ein bisschen Zeit. Also ich warte sicherlich noch. Ich geh doch zu anderen. Ich geh jetzt zu dem, der jetzt schon länger hängt, ne? Hä, wie komm ich denn hier hin? Ja, dann geh ich zu dem, der jetzt erst hängt. Ich geh jetzt Zeit. Oh, warum hole ich denn eigentlich? Nee. Jetzt hab ich mich selbst umgebracht eigentlich. Okay, er hebt mich auf. Ja, ich bin jetzt weg. Nein. Nein. Ja, aber ich weiß nicht, das war grad voll so ein Kurzschlussgedanken. Ich weiß auch nicht. Naja, immerhin hab ich auch die 500 Punkte für sichere Rettung vom Haken bekommen. Ja, also schaut mal, dass ihr noch was Gutes hinbekommt, ja? Damit mein Tod nicht umsonst gewesen ist. Ja. Ich versuch's. Hä? Hä? Das ist einfach die Strafe dafür, dass ich die am Anfang so ausgelacht habe. Wegen Michael. Wahrscheinlich. Ich versuch's echt einfach die Strafe dafür. So, da heilen sich zwei. Achso, jetzt bist du wieder dabei. Oh, der Bill wird verfolgt. Es tut mir so leid, Bill. Es tut mir so leid. Ich hatte keine andere Wahl. Ja, was backt die Claudette hier so rum? Krass. Bill hätte sonst eh Struckle gehabt, von daher. Oh, der hat der gute alte Struck hier. Ja. Ich glaube, es ist jetzt nicht ganz so schlau, diesen Generator anzufangen, aber mach wie du möchtest. Also, ich meine, ich will dir nichts vorgeben. Oh. Ach, das ist grad, der bringt ihn um. Warte mal. Ich versuch's mal, ihn aufzuheben. Er hat dich gesehen. Nein. Doch, er hat dich gesehen. Oder? Ähm, okay. Jo, Mann! Okay, die Claudette ist aber da, die Claudette kann ihn gleich aufheben. Okay, sehr gut. Ich hätte er noch beschaffen lassen, deswegen dachte ich, ich könnte ihn noch schnell aufheben. Ja, aber er geht zurück. Scheiße. Colette, lass es! Was? Oh Gott, nichts. Er liegt immer noch. Er liegt immer noch. Sie ist fertig vor geheilt. Oh, jetzt hebt er ihn aber auch auf. Oder sie. Stimmt. Ah, ich glaube, es wird für Luke hinauslaufen. Wir werden nicht noch zwei Generatoren schaffen. Ja, ich glaube ehrlich gesagt auch nicht. Also, der, der muss jetzt kämpfen, aber der ist noch nicht tot. Okay. Oh, vor allem in der Nähe. Ja, die andere ist genauso weit geheilt ungefähr wie du. Hm? Also, ihr heilt euch beide gerade. Okay, ich geh einfach mal hin. Ah, Vorsicht. Der andere wird doch verfolgt, oder? Weil die hat so... Ja, stimmt. Hast recht, hast recht. Das habe ich gerade nicht gesehen, tatsächlich. Sehr gut. Und halt ihn. Er will geheilt werden. Ich weiß. Du musst immer so zwei Sekunden warten. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. So. Let's do a gen. Oh, das war nicht so schlau. Also, er verfolgt sie noch. Okay. Ach, sie hat leider keine ausgewogene Landung. Oh. Nein, okay. Okay, also ihr habt noch Zeit, ihr habt noch Zeit, ja. Okay. Ja, ich geb mein Bestes ab. Dann machst du wieder deinen Gin. Hopp. Ja. Mit Ruin ist das einfach schwierig. Hm. Oh je. Ja, das ist aber ja auch vorbei. Das schafft sie nicht. Ist sie tot? Äh, nee. Glaub ich nicht. Ich glaub, sie... Hingen sie überhaupt schon mal? Ich glaub, sie hingen noch gar nicht. Doch, ich sag, sie hingen schon einmal. Doch, einmal hingen die. Die hab ich runter... Na gut. Bill rennt aber schon mal hin. Auch, weil der dann tot ist, falls er auch jetzt... Oh, fuck. Ja, ich hab's kackt. Warte, ich kann mal gucken, wo er hingeht. Ja, komm mal mal. Nee, kann ich nicht. Es war noch ziemlich nach mir her. Aber er hat nicht gesehen. Es ist echt nicht so schlau, Bill, sie jetzt zu holen. Wieso läuft er hinter mir her? Okay, na gut, dann ja. Oh, das war richtig clever. Oh, das war richtig clever. Oh nein! Oh! Eine Glanzleistung, so wie meine. Ja. Jetzt bin ich ein bisschen einfach von, von diesen Pech und Dummheitsgehalt an die Folge mit dem schwarzen Vakuum, wo ich der Jägerin in die Arme gerannt bin. Ach ja. Weißt du das noch? Natürlich, weiß ich das noch. Und dann einfach gestorben. Obwohl es so super unnötig war. Ja. 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 Hast du schon bescheuert. Jetzt wird es aber auch hier erst mal ein Haarchen. Oh Mann, Chloe, jetzt renn mal, renn mal zu Bex und hol sie. Hol! 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 Hol sie! Hol mich! Hol sie! Hol mich! Hol! Hey, Moment mal, da war doch mein Generator am Anfang, oder? Ach nee, doch nicht. Haben sie es denn nicht zu Ende gemacht? Ja, wir haben es zu Ende gemacht. Ach echt? Ach stimmt, ja, du hast direkt gedacht, dumm. Ja klar. Jetzt kommen irgendwie beide auf mich zu, dann. Na, wer kriegt die Punkte? Wer kriegt die Punkte? Komm, na komm, na komm, nix, 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 nix. Ja, ne, nix, nix. Ja, Will, leider zwei Sekunden zwischen. Oh, da ist er, da steht er, er stockt sich, er stockt sich. Ich weiß, ach, ist ja alles egal. Äh. Ich hab nämlich... Okay, jetzt sieht er auch jeder. Naja, wie ihr wollt. Was? Hä? Du klangst mal wieder wie ein Roboter, hast du gesagt? Ne, wie ihr wollt, meinte ich. Ja. Es stockt sich an Bill. Okay. Nee, doch, ja. Also, er geht euch hinterher, ne? Weil Bill läuft dir nämlich voll hinterher, glaub ich. Oder vielleicht jetzt nicht mehr. Ach, huh, Bill. Gehen wir ja nicht auf den Sack. Ähm, ne, ich glaube, er läuft dir nicht mehr richtig hinterher. Aber, aber er wird gleich liegen. Also, Bill ist gleich tot, sagen wir mal ehrlich. Scheiße. Drei. Zwei. Eins. Gar nicht ganz. Was macht die andere? Ja. Und Bill ist tot. Ähm, die andere sitzt an einem, ähm, Generator. Die auch schon ein bisschen weiter ist jetzt leider sogar. Oho. Ah, ich hasse Ruin. Ja, was hassen wir alle? Bill, komm zu mir. Herzlich herzlich willkommen. Aber man muss sagen, es ist echt irgendwie so entspannt, einfach so sitzen und zu... Hulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululula. schon entspannt, ja, ja, ich glaube, dass es bei dir gerade entspannt ist, joa. Oh, ist doch der hinterher in dir? Ja, eigentlich werden wir uns sehen. Also, falls ja, dann ist er eigentlich jeden Moment kurz zum explodieren. Okay, das lieb irgendwie falsch. Ich weiß. Dann ist das schon lange so... Es ist jetzt schon lange so aufgestaut, was? Ja, so kann man´s wohl sagen. Oh man, ey. Ach ne! Er ist back to dead. Er ist back to dead. Vorsicht, er läuft dir hinterher. Such die Luke! Okay. Ja. Such, such! Okay. Ist sie nicht meistens hier auf der Straße? Entweder dort, oder manchmal ist sie auch unten in so einem Kellerbereich. Ich wog meistens hier irgendwo. Ah, da ist sie! Ja, geil, 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 geil. Versteck ich mich hier? Ja, also sie loopt grad mit ihm. Okay, ja. Ich hör mal, wenn du's an dem Generator ein bisschen rumbaust. Er lässt sie, er lässt sie. Sie hat ihn zu lange hingehalten. Ah ne, er lässt sie doch noch nicht. Er hat's nur angetäuscht. Das war ein sehr schlauer Schachtzug, mein Lieber. Okay. Oh, bitte lass mich diese Luke kriegen. Jetzt läuft der mal so rückwärts. Irgendwie ist das witzig. Moonwalk, Michael. Der moonwalkige Michael. Oh je. Jetzt ist es soweit. Oh ja, oh ja, oh ja. Versteck ich hinterher. Oh. Okay, komm. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Bitte, Luke, geh ganz schnell auf. Scheiße. Aber er weiß auch, wo sie ist. Scheiße, ja. Okay, das verkackt doch sowas und verkackt. Erstmal muss er abkühlen. Nee, nee, ich meine, er macht's jetzt zu, ne? Oh. Das meine ich, wird verkackt. Ach so. Oh, das hab ich schon wieder vergessen. Boah, ich hab richtig hardcore verschissen. Oh nein! Deswegen meine ich ja noch's verkackt. Was ist das? Ich muss noch alles aufsteuchen, damit er auch ja weiß, wo du bist. Naja. Naja, ein bisschen, ein bisschen Zeit hast du ja. Deswegen gebe ich mich einfach. Ach man, das hab ich ganz vergessen. Da vergisst du sowas gerne. Boah, ich hab schon... Ich hab schon so in Sicherheit gewogen. Ja, aber nimm dir einen ein und such den aus und versuch sein Bestes, wenn er grad nicht da ist. Du kannst dich von einem zum anderen rennen, das schaffst du zeitlich einfach nicht. Nee, nee, hab ich auch nicht vor. Ich hab grad vor, zu dem einen hier hinten zu laufen. Boah, ey. Also ich mein, Michael ist jetzt auch nicht so schnell vielleicht. Also vielleicht... Er ist ja nicht so wie die Krankenschwester, die sich halt voll schnell teleportieren kann oder so. Deswegen gebe dein Bestes. Ja, ey. Werde ich? Oh Gott. Meine Hände sind voll am Schwitzen. Ich will das alles nicht. Sieht gut aus, sieht gut aus. Ja? Ja. Oh Gott, schnell raus da, ey. Was ist denn? Geil, die sind so gestopft. Der Michael ist auch nicht der Schnellstück, aber das stimmt schon. Oh, geschafft, 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 geschafft. Oh, das war jetzt wieder... Mussten wir erst mal zwei Wochen Urlaub nehmen jetzt. Ja, sehr cool. War doch trotzdem noch eine ganz gute Runde. Ich meine, du bist immerhin gekommen. Das ist alles, was zählt. Ja, nein. Und du warst stets bemüht. Ja, so kann man sagen. Dann danken wir euch fürs Zuschauen. Genau. Und ja. Ich hoffe mal, der Ton ist bei euch soweit okay, dass es nicht irgendwie komisch heilt. Und wenn ja, dann entschuldige ich mich dafür und ich werde es auf jeden Fall dann verbessern. Bis dann! Tschüssi!